Moin Leute, herzlich willkommen zu einer kleinen Kooperation zusammen mit EA. Danke dafür, denn nach einem, sagen wir mal, eher holprigen Start von Battlefield 2042 gehen wir heute wieder rein. Und ihr könnt das auch, denn Battlefield 2042 ist jetzt vom 1. bis 5. Dezember kostenlos auf Steam zugänglich und über den Dezember verteilt auch auf den anderen Plattformen. Deshalb guckt unbedingt jetzt in die Videobeschreibung, da ist alles Wichtige verlinkt. So, und ich würde sagen, wir gucken jetzt mal, was nach einem Jahr Weiterentwicklung so alles am Start ist, inklusive der brandneuen Season 3. Maxify, bist du bereit für eine Runde Eroberung? Ich bin bereit für Eroberung. Ja, das hört sich sehr gut an. Ich bin bereit. So, der absolute Klassiker. Äh, was hättest du denn gerne? Speerspitze Eroberung 24-7? Ja, oder? Ja, rein. Okay, rein da. Abfahrt, wir gewinnen das. Ich möchte gerne mit dir eine Runde fliegen. Das ist unser Ziel jetzt. Helikopter? Ich bin super da drin. Ich fliege wie eine Eins. Ja, okay. Ich bin Beifahrer. Wo gehen wir hin? Ah ja, wir gehen hier zu den Fahrzeugen, ganz rechts. Ah, nee, ist gerade nichts frei. Aber egal, wir gehen in den... Ich hole dich an mit einem leichten Transporter. Wir fangen leicht an. Wo bist du? Ich bin drin. Ich kann schießen. Ach, du bist bei mir drin. Da vorne sind die Sektoren, die wir einnehmen müssen. Oh, da oben fliegt ein Jet. Nee, schieß ihn an. Nein, das ist doch unser. Ach so, sorry. Aber ich habe Woche 1 Mission abgeschlossen. Da vorne, vor uns ist einer. Da läuft einer. Ich überfahre ihn. Ja. Ja. Nichts passiert. Fahrer ist es. Super. Oh, wir werden angeschlossen. Hinter uns. Ja, ja. Wir kämpfen uns weiter vor, Maxi Fall. Oh, hier ist eine Klippe. Alles gut. Mach dich kaputt, mach dich kaputt. Nee, nee, nee. Da vorne, link. Da vorne, geradeaus. Geradeaus, genau. Marien. Hier, da ist er. Vorsicht. Er wirft eine Granate. Rauf da. Er ist hier vorne rechts. Marien. Da. Da, ja, ja. Mach sie beide. Marien. Oh, guck mal, deine Augen. Ah. Okay. Aber das war gar nicht schlecht. Das war gut für den Anfang. Alter, wir sind ein gutes Team. Ja, leider hatte er da was. Achso, genau. Wir können jetzt hier halten zur Absetzung. Weil ich glaube, hier kommt niemand uns retten. Nee, ich glaube auch nicht. Jagdflugzeug? Ja, ich sehe mich in einem Jagdflugzeug. Oh, ich habe was. Du kannst bei mir hinsteigen. Oh, ich habe irgendwo draufgedrückt. Palle, palle, palle. Oh Mann. Warte, wo bist du denn? Wie fliege ich? Kannst du auf der Karte? Ja, warte. Ich bin da. Ich bin hier. Okay, warte. Ich bin ganz rechts. Ja, warte. Ich kann nicht fliegen. Oh nein, nein, nein. Wo bist du? Alter, ich sehe dich da oben. Ja, ich bin hier unten, Maxify. Warte, wie fliege ich runter? Landen, oh Gott. Nein, ich bin aufgestiegen. Nein. Maxify, das Ding kommt runter. Ja, ich merke. Das Ding kommt runter. Ich sehe, wie es da runterkommt. Oh nein, warte. Vielleicht kann ich noch einsteigen. Ah, ich falle. Palle, sterbe. Nein, Maxify. Ähm, ja. Ah, moin. Natürlich, ich sehe die hier. Ja, nein, Alter. Ich glaube, wir müssen jetzt zum Fuß gehen, ne? Ja, ja. Vielleicht nimmt uns hier aber irgendwann mit. Da ist ein Fahrzeug vor dir. Ja, ja, ja. Hab ich, hab ich, hab ich. Oh, Alter, was? Ich bin drin. Komm rein. Äh, eh. Alter, hier läuft Mogel. Alter. Oh, da ist ein Panzer exploded. Ich glaube, das ist nicht so safe hier. Aber ich bringe uns durch. Wir müssen aber gleich aussteigen. Oh, da ist ein Helikopter. Die kann man nicht drin. Okay, aussteigen, aussteigen. Ich bin draußen. Hier, die Treppe hoch. In den Anja. Ja, hier rein. Ich bringe dich nach ganz vorne. Ich bringe dich groß raus. Ja, also. Oh. Alles gut. Du musst mein Schatten sein. Ich bin dein Schatten. Sei mein Schatten. Ah, links. Dein Schatten wurde erleuchtet von Licht. Wo bist du denn? Ja, okay, alles klar. Einfach vielleicht mal was draufdrücken. Oh, ich bin. Ich habe einen Panzer. Okay, ich komme rein. Wieso bin ich in meiner Kanone? Du hast auch eine Kanone, oder? Ja, ja, weil ich habe die dinge Kanone. Ah, geil. Jetzt wird aufgeräumt. Jetzt geht es ab. Da, direkt hier vorne. Jetzt geht es ab. Oh, Stimme. Das können wir einnehmen. Ja, ja, wir gucken von hier oben. Dann können wir hier rein. Ja, ich sehe. Oh, links. Ja, ich habe einen. Beim Auto, beim Auto, beim Auto. Mach das Auto kaputt. Mach ich. Ja. Let's go. Oh, wir nehmen es ein. Jawohl. Oh, oh. Hier links. Hier links. Genau, da war einer. Der ist dazwischen. Wir müssen in Bewegung bleiben. Ja, ja. Oh, Gott. Spielverderber. Okay, wir mussten in Bewegung bleiben. Ja, das stimmt. Ich kann natürlich auch noch wechseln. Ich bin jetzt mal ein Scharf. Ich sehe mich auch mehr als Scharfschütze. Es gibt natürlich unglaublich viele verschiedene Waffen, Gadgets. Boah, guck mal hier, Alter. Ja. Cyberkrieg-Suit. Ja, ja. Ich bin der Scharfschütze. Hab einen abgeschossen mit Sniper. Wo bist du denn? Nee, im Panzer. Bist du im Panzer drin? Nein, 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 nein. Ich lasse mich absetzen. Und dann Sniper ich jetzt hier die Leute weg. Ja, ich habe auch Sniper. Sehr gut. Ich habe leider keinen Aim. Deswegen wird das sehr interessant. Du musst einfach Sniper sein. Du musst dich spüren. Oh, da habe ich jemanden gesehen. Da auf der rechten Seite. Hier läuft gleich einer längst. Ah, da hinten bist du. Ich komme mal zu dir. Ja, ja. Hier wird irgendwo einer längst. Da hinten. Boom. Oh, 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 oh. Let's go. Das war ich. Als auf. Begelehrt links. Als auf den habe ich richtig weggeholt. Uh. Oh, let's go. Let's go. Ich bin dein Schatten wieder. Echt? Oh. Ah, das war so okay. Ja, aber ich habe ihn auch versetzt. Meine, du leist wieder weg. Ich bin hinter dir. Schatten ist bei dir. Ja, aber das Schnipper ist jetzt hier nicht so gut. Oh, da hinten. Oh, let's go. Aber auch ein. Ist das schlecht? Oh, Vorsicht. Da ist er. Ah. Hier müssen wir in Deckung gehen. Ja. Ich habe ein gutes Gefühl gerade. Okay, okay, okay. Oh, nee. Ja, warte. Er kommt direkt rum. Direkt rum. Okay. Ja, da kommt er. Ah. Das war, der Schnipper ist dann zu nah. Aber das war geil. Ich habe was. Oh, ah. Was? Ich habe, ich habe, ich habe, ich habe. Deck bei mir einen. Jawohl, absetzen. Ich bin, ich bin hier. Okay. Pass auf, ich wechsle jetzt den Platz. Okay, du drückst F1, glaube ich. Ach so, ich kann. Nee, du musst runter. Komm runter. Wie? Oh, nicht der ist schön. Oh, warte. Okay, okay. Ja, komm einfach runter. Nicht wieder aufsteigen. Nein, hallo. Du musst, du musst landen, Maxify. Ich versuch's. Oh, oh. Alter, das kann eine explodet. Perfekt. Äh, äh, die Landeklappen werden ausgefahren. Ah, ich stehe. Okay. Hebe ab. Ich hebe ab. Nichts, ey. Ach, guck mal, ich kann den Platz sogar wechseln. Ja, genau, du kannst, du hast auch die. Oh. Kein Problem. Ich bringe mich nach vorne. Ja. Ey, wie kannst du so gut fliegen? Ja, ja, ich habe das gelernt. Du bist Pilot seit Tag 1, ne? Ja, ja. Ich bringe mich, ich bringe mich ganz nach. Ich bringe mich kurz raus. Ey, Fahrrad, geh den Anflug. Mächte Fahrrad, du bist ausgestiegen. Ich bin jetzt ausgestiegen. Warum bist du raus? Weiß ich nicht. Du bist gleich kaputt. Das ist kein Problem, ich steige auch raus. Fallschirm, LeB, hast du den LeB. Ja, ja, Fallschirm. Ich habe ihn gezogen, den Fallschirm. Ich komme runter. Ich bin auf den Dach. Alles gut. Ich bin jetzt hinter den feindlichen Linien. Brauchst du Hilfe. Ich werde angeschossen. Ich bin, ich habe große Probleme. Ich bin hier im Schützengraben. Ich bin im Schützengraben. Hier gab es eine Granate. Ich versuche auszuweichen. Ich bin auch da. Das sieht nicht gut aus für mich. Ich wurde entdeckt. Ich sehe dich. Ich beobachte dich gerade von oben, von der Hauskante. Siehst du mich? Okay. Ne, ich sehe dich nicht. Guck mal auf die Kante des Hauses von dem Großen. Da sitze ich. Ah ja, ich sehe dich. Moin. Kannst du mir vielleicht Instruktionen geben, wo sich Feinde befinden? Okay, ich gucke. Ich sehe niemanden gerade. Rechts. Oh Gott. Ja, da war einer. Da habe ich einen Schuss abbekommen. Okay, ist voll schwer, sich jemanden zu sehen. Aber alles gut. Ich würde sagen, du nimmst einfach C1 ein. Okay? Alleine. C1. Okay. 100 Meter. Du schaffst das. Okay, ich gucke. Ich sehe niemanden. Okay, dann gehe ich rein. Okay, das machst du gut. Ich mache mit Pistole. Du hast noch einen Freund bei dir jetzt in der Basis? Ich sehe da einen. Sehr gut. Ich bin drin. Jetzt einnehmen. Ja, ja. Schön, das machst du gut. Okay, pass auf. Es kommt gleich einer von der Position, wo du gekommen bist. Okay. Zwei sogar. Einen habe ich. Okay. Einer kommt jetzt rein gleich. Vor der Tür gleich, wo du reingelaufen bist. Okay. Ja, ja. Ich sehe hier schon den. Haben wir noch den Koffen? Ich werfe Granate. Fire in the hole. Hab ihn. Kommt noch einer. Sehr gut. Ich versuche ihn. Er kommt von der anderen Seite hinter dir. Oh ja, ich stehe bei dir. Ah, Mist. Ist da der Switch? Ja, aber die haben ihn noch. Die haben ihn noch. Sehr gut. Wir haben 10. Guck. Neutralisiert. Let's go. Ich habe die Leute mit dem Content-Bee, da da zum Boden gestreckt worden. Aber egal. Wir haben. Belohnung freigeschaltet. Alter. Kills ohne Sits als Irish. Ja, vielen Dank. Nächste Belohnung bitte. Belohnung freigeschaltet. Dankeschön. Danke. Spielerstufe 3 erreicht. Und zack habe ich die LC-MG. Der Portalmodus ist natürlich auch immer noch am Start. Hier hatte ich mir ja ein paar Sachen zusammengebastelt. Da könnt ihr halt alles, äh, einfach alles bauen. Zum Beispiel sagen, okay, ich will eine Runde Eroberung spielen. Und zwar mit den Waffen, den Flugzeugen von Battlefield 1942. Oder ihr macht Zukunft gegen Vergangenheit. Da oben könnt ihr auch den QR-Code einfach einscannen. Für den Zugriff auf den Battlefield-Bilder. Aber wir machen jetzt eine Runde Rush, Alter. Der klassische Rush-Modus. Warte mal. Wir sind zusammen, ne? Ja, natürlich sind wir zusammen. So, warte mal. Ich mach jetzt. Ich bin der Sanitäter. Falls es dir schlecht geht, bin ich an deiner Seite. So, ich bin unten. Bist du da? Ja, ich hab Panzer. Ah, ja, ich seh das. Ja, warte. Aber ich geh hier in den rein. Dann fahren wir zusammen. Oh, ja. Okay, los geht's. Ich versteck mich hinter dir. Ja, ja. Ich beschütz dich. Und falls es Probleme gibt und du am Boden liegst, dann bringe ich dich wieder auf Vordermann. Alles klar. Ja, ich falle noch rüber. Alter, hier fliegt so einiges. Ich bin im Kreuzfeuer. Ich bin im Kreuz. Ich wiederhole. Ich bin im Kreuzfeuer. Ich bin explodet. Das ist nicht gut. Ja, ja. Die haben da von allen. Ja, ja. Okay, das war ja. Lebst du noch? Ja, ich bin auch im Panzer drin. Kannst reinsteigen, wenn du willst. Ich bin wirklich drin. Ich bin da. Ja, ja. Benutzt das Geschütz. Da, ich seh einen. Habe ich. Habe easy. Ja, war meiner. Da unten. Ich fahr gerade rückwärts, aber egal. Rechts. Ich seh einen. Ja, der ist da reingegangen. Ich hab's gesehen. Einfach weiter. Wir wollen rückwärts durch. Alles gut. Easy. Warte, ich drückwärts. Vorsicht. Oh, wir müssen weg. Wir müssen weg. Wir müssen weg. Hier bitte. Fahr, fahr. Ich kann nicht reinfahren. Ich steig aus. Weg, lauf, Peledo. Lau, lauf, lauf, lauf. Du bist auf dich selber eingestellt. Ich bin hinter dir. Ich bin hinter dir. Oh, scheiße. Hier links ist einer. Ich bin hinter dir. Wo ist der hin? Oh Gott. Da sind ganz viele. Ich versteck mich. Habt ihr einen? Habt ihr einen? Ich bin hinter. Oh, ich bin gefallen. Nee, warte, alles gut. Nein. Ich wollte, ich hab das bei mir gesucht, wie ich dich wieder beleben kann. Hier ist ein Auto. Ja, komm. Ey, was ist das für ein cooles Auto? Geht das? Ah, nee. Ah, hier, aber hier, das Ding. Ja, oh, wie cool. Guck mal, hier, wir beide im Quad fahren, steig auf. Oh. Ja, was war das denn? Hallo, hallo, hallo. Mein Quad abzustechen? War keine Absicht. Okay, du gehst jetzt ganz rein da, ne? Ja, ja. Oh, Alter, das ist sehr schnell. Ja, wir hätten mal sein. Oha. Alter. Junge, was war denn bei ihm? Oh Gott, einfach. Au. Alles gut, wir schaffen das. Ja, wir nehmen die easy route. Ja. Ja, okay. Sneaky. Sneaky. Ohohoho. Oh, ich steige aus. Oh, nein. Ich bin im Busch. Ich bin im K.O. Ah, ich hab den einen noch geholt. Ja, das war nicht ganz so smart. Doch. So, Leute, das war's mit einer kleinen Runde von Battlefield 2042. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst auf jeden Fall ein Like da. Schaut unbedingt bei Maxify vorbei. Und vergesst nicht, in die Videobeschreibung zu gucken, da ist alles Wichtige verlinkt. Danke an EA und habt jetzt alle noch einen Traum auf Takao 3. Ciao, ciao.